Guten Tag, guten Tag, meine Damen und Herren, mein Name ist Matthias Matschke und hier in diesem kleinen Kabuff, das ich später noch erklären werde, sitzt Carsten Düss, der Autor von Achtsam Morden, das jetzt als Audiobook, also als hörbares Buch und auch in physischer Form zum Lesen erscheint. Hallo Carsten. Hallo Matthias. Ja, Carsten und ich, wir kennen uns schon sehr lange, denn Carsten kann alles. Carsten ist Rechtsanwalt, was ihm, glaube ich, beim Schreiben dieses Buches sehr geholfen hat. Carsten ist aber auch Schreiber, Autor, Gag-Schreiber, aber auch seriöser Autor. Ich habe die große Ehre gehabt, meinen Körper benutzen zu dürfen und dein Buch einzulesen. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, nicht nur beim Erarbeiten der ganzen Geschichte, sondern auch inhaltlich. Denn das ist ein sehr intelligenter und sehr unterhaltsamer Kriminalroman. Danke sehr. Und ich bin begeistert davon, dass du das gemacht hast, also einen Menschen, den ich kenne, der sich dann einfach irgendwann hinsetzt und sagt, jetzt schreibe ich einen Kriminalroman. Wie kam es dazu? Ich habe mich gar nicht hingesetzt und gesagt, ich schreibe einen Kriminalroman, sondern ich hatte irgendwann die kleine Flamme eines immer größer werdenden Feuers in mir, mal ein längeres Buch zu schreiben. Wir kennen uns ja von Ladygrafer, von der Sketch-Schreiberei, wo immer kleine, feine Kunstwerke gemacht werden, die auch in sich rund sind, auch mit schlüssigen Figuren. Die Nummern waren aber meistens immer nach drei Seiten zu Ende und ich hatte irgendwie das Bedürfnis in mir, ich möchte gerne mal länger erleben, was so eine Figur erlebt. Und das ist schon ein Wechsel von der Sketch-Fernsehschreiberei, halt eben schlussendlich in einem Roman zu landen. Und dieses Bedürfnis ist, glaube ich, auch eigentlich die Grundlage des Romans. Also ich hatte am Anfang noch gar keine Vorstellung, was ich überhaupt schreiben wollte. Und ich wusste nur, dass ich was schreiben möchte. Und in mir war dann halt eben drin, ich möchte mich beruflich verändern, ich möchte jetzt irgendwie andere Sachen machen. Worüber kann ich schreiben? Vielleicht über jemanden, der sich beruflich verändern möchte. Was aber irgendwie auch das Thema deines Lebens ist, weil sozusagen so viele Berufe in der Summe kenne ich selten von Menschen. Das heißt aber, sagen wir mal, das Thema dieses Romanes ist Achtsamkeit, was die Hauptfigur, nämlich Björn Diemel, dann auch zum Morden benutzt. So viel kann man schon verraten, ohne zu viel zu verraten. Aber das ist offensichtlich ja auch dein Thema. Also Veränderung vielleicht mit, in diesem Fall dann... Ich bin froh, dass du jetzt gerade gesagt hast, das Morden ist nicht das, was ich bei mir im Leben durchziehe. Ja, das weiß ich noch nicht. Wenn du dir das als Thema jemals nimmst, vielleicht machst du das dann auch so konsequent und erfolgreich. Ich möchte auf der Seite dann des Nicht-Ermordenden, sondern des vielleicht Mitmordenden stehen. Weil das ist dann bestimmt spannend. Jedenfalls möchte ich dich gerne fragen, wie bist du auf die Achtsamkeit gekommen? Also aufmerksames Leben sozusagen. Die Achtsamkeit hat sich aus diesem Grundthema dann entwickelt. Also wenn ich jetzt von der Grundthese ausgegangen bin, ich habe jetzt eine Hauptfigur, die möchte sich verändern. Warum möchte sie sich verändern? Wahrscheinlich, weil sie unzufrieden ist mit dem, was sie gerade macht. Und das kennen wir irgendwie alle. Ich glaube, jeder hat schon mal gesagt, mit dem, was ich beruflich mache, bin ich nicht zufrieden. Ich bin unterfordert, ich bin überfordert, ich bin nicht ausgelastet, ich bin überlastet. Was kann diese Figur tun, um das zu verändern? Und da bin ich halt eben darauf gekommen, die muss irgendwie Stressbewältigung betreiben. Da war mir noch gar nicht klar, woher der Stress überhaupt kommt. Wobei der Stress natürlich für viele Menschen zugänglich ist. Denn der Stress entsteht ja vor allem aus Beziehung für die Hauptfigur dieses Romanes, kann man sagen. Jeder Mensch steht ja in Beziehung. Also kein Mensch ist für sich allein. Das ist das Ärgerliche am Menschsein, aber es passiert immer wieder. Es ist doch das Schöne. Das macht das Mensch dann halt eben auch nicht ganz so langweilig, wie wenn man irgendwie als Eremit auf einem Zaunfall in der Mongolei irgendwo sitzen würde. Natürlich kann man auch glücklich sein, aber ich glaube, das wäre nicht das Konzept für alle von uns. Also ich hatte die Grundthese, ein Mensch ist beruflich unzufrieden, möchte sich verändern, hat Stress im Beruf und stellt auf einmal fest, dass er diesen Stress irgendwie loswerden möchte. Bin dann auf das Thema, wie kann man sich entspannen, Achtsamkeit gekommen. Und habe dann überlegt, wie kann man den Stress von dem immer mal steigern, dass das, und das ist unser altes Thema, jetzt zum Beispiel Ladykracher, dass das Ganze ein bisschen absurd überhört wird. Und dadurch dann halt eben Spannung und einen Lauf und einen Drive und was Unterhaltsames bekommt. Und ich konnte dann die Probleme von dem immer größer drehen und mit der Achtsamkeit lösen und so entstand dann das Buch. Und die größtmögliche Möglichkeit, um ein Problem zu beseitigen im zwischenmenschlichen Bereich ist natürlich, wenn ich die eine Hälfte dieses Personenkonflikts einfach umbringe. Und so ist dann Achtsam Morden entstanden. Abgesehen davon, dass alle denken werden, naja gut, also er hat keinen besseren gefunden als mich, dieser Carsten Duss, wer das mal lesen könnte, war es so, dass man uns unabhängig voneinander gefunden hat für diese Sache. Und mir wurde gesagt, es gibt eine Anfrage für ein Hörbuch, da gibt es so einen Typen, der heißt Carsten Dusse. Und dann habe ich gesagt, das ist eine Unverschämtheit, dieser Mann heißt Carsten Duss und ist ein guter Kumpel von mir. Das wäre aber noch lange nicht Grund genug gewesen, zu sagen, ich möchte gerne ein Buch von dir lesen, weil das hätte mafiöse Strukturen, so im Sinne, warum bist du nicht gleich zu mir gekommen, was mit deinem Buch sehr viel zu tun hat. Aber nein, ich habe das Buch gerne gelesen, weil ich weiß, wenn du was schreibst, kann es nicht schlecht sein. Und deswegen habe ich gesagt, das muss ich lesen. Für mich sind sehr, sehr viele schöne Sachen im Zusammenhang mit dem Buch passiert. Also nicht allein die Tatsache, dass ich eine tolle Agentur gefunden habe, die einen tollen Verlag gefunden hat, die ein tolles Lektorat gefunden hat und ich dann irgendwann Ende letzten Jahres ein fertig lektoriertes, tolles Buch mit einem wunderschönen Cover mir auf dem Computer angucken konnte, da gab es das noch nicht haptisch, sondern es wurde dann gesagt, wir würden das auch ganz gerne direkt als Hörbuch ausbringen, das fand ich schon toll. Und bevor es dann dazu kam, dass ich mich überhaupt mal mit den zuständigen Menschen persönlich in Verbindung gesetzt habe, habe ich mir natürlich eine Liste gemacht und Gedanken gemacht, wen hätte ich denn gerne dazu. Und da standst du ganz, 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 ganz oben. Und ich wollte dann in dem ersten Gespräch mit dem Herrn Gaudernack von Random Audio dich gerne ins Gespräch bringen. Dazu kam ich gar nicht mehr, weil bei diesem Gespräch, siehst du, das ist toll, dass wir uns hier mal persönlich zusammen am Telefon kennenlernen. Und ich habe eine ganz tolle Nachricht, wir haben einen super Sprecher für Sie, den Matthias Matschke. Da kann man eigentlich nur sagen, das Schicksal war besonders achtsam in unserem Fall. Und so sind Dinge, die zusammengehörten, dann auch zusammengewachsen in Form dieses sehr guten Buches und in Form meiner Stimme, die ich geben durfte. Meine Worte aus deinem Mund. Amen. Das organisierte Verbrechen ist ja quasi für Herrn Dieme auch eher ein wirtschaftlicher Zweig. Das heißt, es gibt Officer und Soldaten und so weiter. Es gibt so eine Struktur, wie man sie auch in einem mittelständigen Betrieb kennen könnte. Da sind dann die Bezeichnungen vielleicht anders, aber ansonsten ist alles dasselbe. Wie viel Recherche hast du denn da betrieben, um sozusagen, also warst du unterwegs im Rhein-Main-Gebiet oder im NRW und hast dort in den Betrieben der kriminalisierten Organisation dich etwas umgetan oder hast du es einfach alles erfunden? Weder noch. Die Recherche zu diesem Buch, die ging relativ zügig und die hat aber auch mit der, in meinen Augen, sehr, sehr schönen Entstehungsgeschichte von dem Buch zu tun. Mit dem Gedanken bin ich längere Zeit schwanger gegangen, ein Buch zu schreiben und ich saß irgendwann auf meiner Lieblingsinsel, in meiner Lieblingskneipe und habe dann gesagt, so, jetzt schreibe ich mal die Gedanken, die ich im Kopf habe, auf. Habe dann die Kellnerin gebeten mir, ob ich einen Stift und Papier haben könnte. War das so ein länglicher? Das war so ein länglicher Blog- und Kugelschreiber und habe ich da sechs von diesen Bestellseiten aufgeschrieben und bin dann zu einem guten Freund von mir gegangen, der drei Häuser neben der Kneipe ein Kulturcafé hat mit Theater und da sind hinten auch so wie so ein offener Bücherschrank, da kann man sich Sachen rausholen. Und da bin ich rüber und habe dann gesagt, hier, ich habe gerade eine Idee aufgeschrieben für meinen ersten Roman, was hältst du davon? Das heißt, da konnte ich das am selben Abend pitchen. Und dann meinte er, finde ich total klasse, wenn du was mit Mafia machen möchtest. Ich habe hier von Dagobert Lindlau, der Mob, steht hier in meinem Bücherschrank. Ah ja. Und dann habe ich gesagt, klasse, nehme ich nur direkt mit. Ja, kannst du haben. Und dann habe ich das halt eben durchgelesen und quergelesen und da waren genau die Informationen drin, die ich jetzt brauchte, um nicht ganz weltfremd diese Mafia-Strukturen aufzuschreiben. Das heißt, die Grundidee, der Entschluss, das Pitching und die Recherche fanden alle an einem Abend statt. Und am Ende dieses Abends habe ich mir gedacht, geil, das schreibe ich jetzt auch so. Und das Schöne ist, wir haben uns ja gerade zusammen die ersten Sätze angehört, dieses einst vorweg, ich bin kein gewalttätiger Mensch. Es steht genauso auf dem Blog. Ah. Und die Zettel aus dem Blog hängen gerahmt bei mir an der Wand. Das hat mich sehr gefreut, dass du das sowohl gesprochen hast, als auch dir jetzt die Zeit genommen hast, dass wir nochmal gemeinsam über das Buch sprechen, was du gesprochen hast. Das war mir eine große Freude. Wie gesagt, das Buch ist empfehlenswert und es macht auch Spaß, es zu lesen. Also nicht nur, wenn ich es vorlese, der Vorleser Matthias Matschke, sondern auch, wenn man es einfach selbst liest, weil es mit dem Gehirn nochmal etwas anderes tut. Also beides ist möglich. Es gibt so viele Möglichkeiten, aber auf alle Fälle, was auch immer Sie tun, lesen oder zuhören, tun Sie es achtsam.